Willkommen zurück zum großen Finale von Persona 5 Taktiker. Es ist soweit. Wir treten Maruki gegenüber. Sei auf alles gefasst. Ach, er hat doch eine Liebe. Nein. Was auch immer du Maruki erwiderst, ich vertraue dir. Du triffst bestimmt die richtige Entscheidung. Wir haben schon gesehen, was passiert, wenn wir seine Wahrheit annehmen. Sie ist genau richtig. Wir akzeptieren diese Realität nicht. Die Realität, die ich kreate, kann aus deinem Grunde aussehen, aber es ist eine Realität, wo jeder glücklich ist. Wenn du nur bleiben, musst du niemals die Schmerz des Laufs zu haben, oder die Schmerz von Menschen und Dingen, die von dir entfernt werden. Was wurde dir gestohlen? So, du hast gesehen, was mit Rumi passiert. Ich bin nicht derjenige, der hat es gefeiert. Sie ist. Aber sie ist immer noch eine wunderbare Welt, in diesem Welt, wie du eine Schmerz des Laufs zu haben. Aber sie ist immer noch nicht erinnern, oder? Und du bist gut mit dem? Sie ist immer noch nicht in meinem Leben, aber zumindest ihre eigene Leben ist ein glückliches Mal. Ich bin nicht nur das für Rumi. Ich möchte alle von Ihnen leben, wie sie ist. Aber für Rumi's glücklich ist es, ich muss weitergehen. Doch. Meine Stanz wird nicht verändern. Wunderschöne Umstände haben mich auf diese Kraft gebracht. Insofern, ich erhebte es jetzt als ein ganzes Inevitable. Das ist nur etwas, was ich nur zu tun kann. Ich versuche, jede Person alive wird glücklich in der Welt, die ich kreate. Also, ich frage dich das gleiche. Nachdem du wirklich an alle Optionen erwähnt, hast du irgendwelche Gefühle über deine Sicht? Worauf willst du hinaus? Ich denke, es ist besser, zu fragen, ob du zwei Damen und Herren haben keine Gefühle? Du bist hier, nicht wahr? Akechi-kun? Akechi! Du hast mich gefreut. Oh, es war nur ein Wunsch. Dieses Problem hat nicht nur dich anfangs. Akechi-kun, Das betrifft dich auch. Akechi hat damit zu tun. Akechi hat damit zu tun. Das betrifft dich! Das betrifft dich! mein finales Inevit ist eine Verteidigung von mir. Ich... Das betrifft dich, nicht? Das betrifft dich nicht? Das betrifft dich, wie es mit ihm enden? Das betrifft dich mit ihm? Das betrifft dich, Das betrifft dich, das betrifft dich, Du hast es herausgefunden? Du hast es herausgefunden? Das betrifft dich, 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 aus dem Zeitpunkt. Das betrifft dich, aber wenn du nicht zeigen, das betrifft dir, dass du meine Realität hast. Bis zum nächsten Mal. Was sollst du machen? Ich möchte mit ihm sprechen sprechen. Akechi. Entschuldigung. Ich lasse die Entscheidung zu dir. Lass mich wissen, wann du eine Antwort erreicht hast. Ich schreibe meinen eigenen Weg für mich selbst. Ich versuche zu akzeptieren, eine Realität, die von jemand anderem verliebt wurde, unter ihrer Kontrolle für den Rest meiner Tage. Sind sie sich sicher? Das ist kein Kleinkram. Es ist. Denkst du, ich wäre glücklich mit dem? Ich bin jetzt glücklich, von allen Zeiten. Ich will nicht, dass ich zufrieden bin. Das ist nicht etwas, das ich mit dir diskutiere. Deine Indizisivität auf dem Thema ist essentiell eine Betreuung von meinen Wünschen. Ich möchte, dass du es sagen möchtest. Was möchtest du zu tun? Wenn wir gegen Maruki kämpfen und gewinnen, kehren wir die erste Realität zurück. Aber Akechi... Wir halten Maruki auf. Alles klar. Ich bin glücklich, es zu hören. Ich werde nie diese Form von Realität akzeptieren. Ich werde nicht mehr zurück nach unserer echten Realität. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Und ich bin glücklich, ich bin glücklich, als ich meine Augen sehe. Okay. Hör was! hätte ich mir das dritte Wagen kaputt machen können ich habe jetzt keinen zurück mehr genialer Geist, was bekommen wir denn hier kolossaler Allmachtschaden für einen Gegner, sehr effektiv wenn der Gegner am Boden liegt ich frage ob das passieren wird jetzt in der Folge noch bei einem Gegner ist aber kolossal nicht nur heftig bei einem wir kommen da den Quatsch hier weg gut los geht's gut richtiger Banger gut machen wir uns noch mal kurz bereit Werte wen holen wir ins Team das ist doch nicht catch hier kann er catch hier auch jederzeit noch ein umwechseln aber im Prinzip wenn wir erstmal catch drin lassen ist ja auch keine Ahnung gehört es einfach für nicht irgendwie so und die anderen lassen sich erstmal so vor dem Ahnen die er jetzt richtig gewusstet ist so ne und dann gucken wir einfach mal wie wir im Laufe des Kampfes rum wechseln ähm mein Persona vorrat ist eigentlich feiner haben wir Feuer Psycho Wind Untot Eis Geht auch noch ein bisschen was heilig heiliges Lüstern weil wir alle Elemente auch in unseren Co und unseren Freunden vertreten haben oder passt das schon die Effekte so ja wenn es Effekte verursachen kann ich dann mit Items probieren also im Prinzip ja ja passt schon passt schon passt schon passt schon passt schon aber geile Musik noch ne bin begeistert ich glaube ich speichere nochmal ab willst du mal vor den Thread-Ups I guess wenn du nachher halt ein New Game Plus spielst dann anlegen ne na 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 ich sehe du hast es geschafft ich glaube du hast es geschafft erstmal das wird er wirklich den echten Menschen in deinem Palast bekämpfen ne weil es immer noch Maruki der in echt hier reingeht so und hallo hier drin ist ich glaube immer noch wo sein Schatten ist aber wahrscheinlich hat er einfach keinen weil seine Kognition ja weiß dass er keinen Schatten braucht ne ich glaube so eine Geschichte ist natürlich hat er einfach keinen Schatten hier jetzt wo wir Treppen haben können wir endlich weiter gehen beenden wir die Sache geht klar ja ich muss keine Seiten sammeln so wenn wir hier durch sind haben wir keine andere Wahl mehr als um sie um zu treten dann bist du bereit Joker absolut oh abgehört noch die anderen müssen die Treppe gehen das gibt es doch gar nicht im Prinzip ist alles so wie immer ich will mir das Schlobe anziehen ich kann die Spitze sehen wir sind Platz da danke dass ihr gekommen seid danke dass ihr gekommen seid ist jetzt ist die Beobachtung sicher wird das gut zu hören jetzt beginnen wenn du gewinnen dann wird mein Herz verändert aber wenn ich gewinnen meine Realität wird die echtes Realität Ich werde das ganze Leben überprüfen mit meiner eigenen Cognition überprüfen. Ich bin nicht mehr zurückgehalten. Was ist das? Nur wie Sie haben Ihre eigenen Glauben, ich auch gar nicht will, zu verändern meine Pläne für die Realität. Kein Fall, was mir zu Ende passiert, ich werde das ganze Welt schützen. Das ist meine eigene Rebellion. Was Toshirol gerade macht. Gänsehaut. Warum hat er nur so eine mächtige Persona? Das verschreibe ich mir immer noch so. Der muss doch auch einen Gott hinter stecken eigentlich, ne? Irgendwann stecken halt überall Götter hinter sowas irgendwie. Das ist wirklich gut, so. Das Konzept von Gottheiten in diesem Persona-Universum. Ich hoffe, das wird auch in den anderen Persona-Spielen thematisch behandelt. So hat er nur. So Maruki wirklich hat eine Persona. Ich regrette, nicht zu bemerken, das zu Ihnen herauszufinden. Du solltest nicht unsere Kräfte als gleiche sein. Es ist Zeit, Azathoth. Unsere letzte Kräfte ist gekommen. Ich habe Angst. Dr. Maruki. Das ist die Frage. Ja, okay. Es gibt verschiedene Tentake, verschiedene Aktivitäten. Die haben wahrscheinlich noch verschiedene. Ähm. Effekte. Okay, ihn habe ich nicht angegriffen. Und irgendwas hier hat geblockt, ne? Genau, Abwehr war das, ne? Genau, genau. Annuliert ist okay. Machen wir einfach mal weiter mit Lachen. Alice! Da! Kommt fort! Meine andere Seite! Hattet ihr den einen Tag... Ah ne, ich habe beide Tage gekillt. Dann scheint doch, keine Ahnung. Hattet einfach mal so schauen, was für eine Schwäche hat. Und dann kann man immer noch so ein bisschen rumswitchen und so, ne? Den Typen da oben mache ich es auch schaden, so, ne? Ja doch, ne? Nein! Nein! Nee Herr Pfolar hat dich keig zu Aktien. Ja. Nein, ich sage nicht. Stimmt kapp! Die Leichen! Nein, ich halte mich locker, was für euch für heute sechs Alex? und was müssen wir heute feuerangriff kann durch er weiß ja schon weil es der schützte tagewerk ist nur der wettbefeuer ab verteidigung verstört heilig psychokniet habe ich noch irgendwas schönes bottes urteil und diamanten staub haben wir noch habe ich hier noch eiszeit oder sowas gehabt ja genau hier eiszeit so dann geh mal hohe energie hallo deine hölle abwehr oder abwehr ich hab ja nicht so kaum nach loder eine hölle ja keine ahnung ich mache das gleiche angriff und riskiert den rückangriff aber mit allen wussten das aktuelle sind wir noch geboostet nur und wo das lag jetzt hier waren wir mit deiner allmacht personen angreifen da sind wir noch ja hau raus was tat weh? war es ja ok ne? Mona mach mal, mach dein Ding so komm ich den Kampf nicht in Jürgenplatz, ne? komm, der Billionskiller auf den Penner darf nicht mehr keine magischen Angriffsskills, was ist das denn? dann mach ich halt keine magischen Angriffsskills, so lange machen an Kräften zählt Allmacht als Magie? Schöne Gegenstände ich kann mich an den Tag nicht so, will ich auch nicht was will ich machen? irgendwas stärken das, genau Oblivion ne, das ist Ultrabrett, Strohpuppe da kommen ja Anverteilung für alle ich guck die Zungen an und wir können nicht angreifen dann baller halt wie ein Irrer das ist ruhig oh 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 Kroos ist komplett dizzy his accuracy is low Persona Alex Rätig muss doch einfach nur irgendwas machen, wenn mein Konterangriff blockiert wird, oder gekontert wird und dann verheiß ich dann denke ich dann ist ok, so Übergabe Übergabe, Mona ansonsten gleich die Übergabe nutzen, ne also das ist ja auch nochmal eine ganz gute ähm Sache und auch ein ganz guter Vorteil, während so ganz ganz viele verschiedene Elemente hier anwesend sind ja ruhig angreifen kann ich nicht das tat weh das tat weh ja komm mach Loda ne Hölle Folgskräfte auch unten sogar weil die Verteidigung weg ist die Verteidigung lekt du die 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 sehr gut generiert er hätte nicht sein müssen so okay was du fertig machen übergabe funktioniert nicht alles klar einfach nur weil das machen wir keine du bist du besetzt weg für taro raus holen fürs boosten ich würde einfach mit monaten alle heilen so irgendjemand müsste joker sp geben aber ich habe blut zu fassen halbe kosten weil es gar nicht erinnert sich halt seine person als mein hauptziel okay Ich kann nicht sagen, dass du alle stark bist. Aber das ist genau das, was macht dich zu fassen. Es ist Zeit, um das zu Ende zu enden. Ich werde euch alle zu retten! Noir, bemerkbar! Ich habe mehrere Reihenfolge hinter dir genommen. Persona! Go down! No Gun? Let's go! There! SP-Kosten reduziert. Ich habe gerade gewundert, ob ich so wenig verliere. Aber gut, SP-Kosten reduziert. Bei Arne ist das bereits wieder beruhigt, Lohne. Na komm, greife einfach an. Na, das sieht man noch ein bisschen. Vereinträchtigt. Haro geht in Deckung. Aua, aua. Aua, aua. Da gibt's noch Infos. Na komm, mach das! We can hit their weaknesses! Pass the baton, now! Go ahead! Get done yet! The baton has powered you up! Nice to fire them, Lucy! etwas tot aufs neue ne doch Loder in der Hölle guck mal den Lebenswahl wenn es jetzt mit Verspendung ist, wobei keine Ahnung wie es denn ist, es geht einfach weiter ne vielleicht verliert ihr die Effekte auch nicht Tyrannenhaltung ich hab gerade noch ein Gefühl das gleiche wie wir zu mir damals glaube ich irgendwie ja ok Oh. Ich werde immer mich selbst sein. Ich werde mich selbst sein. Ich habe auch SP1, die alle voll heilen. Von daher kann ich auch nicht rausfahren. Hallo. Oh. 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 Ich glaube schon war so, das war das Problem so ein bisschen, ja komm mach Maruki kann sich nicht mehr bewegen. Ich will Maruki angreifen, das kommt mir doch so ein bisschen brutal vor. Da werde ich doch mal direkt Lucifer auspacken. Nein. Ich mache einen heftigen Windschirm auf ihn. Als ich dachte, habe ich nicht verloren? Das ist das? Es ist Maruki's treasure. Was ist das? Eine Torch? Torch ist ein Licht, um die Menschen zu bewegen. Es kann sein, dass seine Perspektive von ihm sein, als die Guide für den ganzen Welt. Wir sind hier, um seinen Herz zu ändern, nicht wahr? Wir sind hier, nicht wahr? Geh auf. Also, das ist es. Dieses Ort ist schlafen. Wir haben besser unseren Weg. Von mir. Ich bin sorry. Oh mein Gott. Ich dachte noch eine dritte Phase, hätte dem Kampf eigentlich echt gut getan. Muss ich zugeben, aber vielleicht kommt noch was. Das klingt nicht so, ne? Mal gucken. Joker, schau mal raus! Verdammt, wir haben ein Puckett. Leute, schau mal rein! Was? Woher? Woher? Woher! Woher? Aaaaah! Im Blumenkenszett! Woher! Woher? Es ist entwpart. hesitate zu gehen! Diese kommt einfach raus. Er verändert sich von jemandem das Herz. Ist er sogar noch immer noch lebendig? Es sieht aus, dass das keine Worte. Entschuldigung, aber ich will noch nicht, dass ich den Verletz noch nicht verletze. Bitte hör auf damit. Entschuldigung, du weißt, dass ich das nicht kann. Ich habe durch das Welt selbst gewählt. Ich habe mich gerade daran erinnern, dass ich da draußen angefangen habe, wenn das noch was kommt. Mal gucken, was genau. Ich habe mich gerade daran erinnern, dass ich da draußen angefangen habe, wenn das noch was kommt. Ja und dann 2nd Awakening, 3rd Awakening. Das ist der kolossale Titan. Nein, du kannst nicht ernst sein. Malki, er hat es gemacht. Er hat seine Persona entwickelt. Er hat es geschafft. Es ist ein Schwerpunkt. Wenn es für alle Liebe ist, ich will, ich nicht egal, was passiert mit mir. Es ist nicht so. 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 Es ist 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 so. Okay. Es ist so. Wir legen die Realität fest. Ich kann nur Maruki angreifen, alles klar, das ist doch eine Anlage. Haben wir noch einen Fall aufgeladen, das ist nett, hallo, ha, TP und SP, die Wand ist scheiße, funktioniert bei ihm nicht. Das ist nicht so, glaube ich, so der Move. Der Eiszeit ist auf alle, nehme ich doch einfach mal Diamantenstaub. Moana kann eigentlich nicht mehr gegen einen direkt. Ich bin sehr glücklich, das ist eine große Hilfe. Persona! Go! Persona! Behold! Das ist meine volle Heilung, ist ja traurig. Ähm. Ja, Monate, die Healing-Maschinen. Ich würde einfach nur einen Joker angreifen lassen, lass ich mal in so klammer hohe Energie. Leute, lass mal mit, ähm, mit Moana einmal angreifen. Ähm. Okay. EAT SHUT Aber ich glaube, dass ich nicht mit meinen Worten verletzt habe. Du auch, oder? Kroosanpai, was bist du... Kannst du sagen? Du denkst das gleiche, nicht wahr? Das kann man sagen, was ihr in der Zeit auch gemacht habt. Natürlich. Nach allem... Nein, du kannst nicht! Wir hesiten jetzt. Wir sterben. Auf da! Ich bin alles dein. Use mich, wie du willst. Jetzt... Show uns... ... die Realität. Wir... ... die Realität... ... die wir wünschen. Ich bin Vau, und... Okay. Wurs! Wir bl�hen. Wir bl�hen. Wurs! Wir bl�hen die Realität. Wir bl�hen uns. Wir blühen uns, was zu lassen. Oh nein. Aber wir werden noch nicht gehen. Wir werden dich verletzen und zurück zu unserer eigenen Realität. Das ist der Geist. Jetzt enden wir das. Wir werden mehrere Sachen angreifen. Der Dämoner ist also nicht ein guter Angriff. Ah, sein Nippel und sein Kopf. Alles klar. So, heilen bitte. Hätte gerade auch richtig schief gehen können, ne? Mein Angriff. Aber ist ja noch alles gegangen am Ende. Oh, liebens Ball. Vielleicht ist ja Makoto gleich. Angriffsposition. Das bringt mich mit der Lebensball schon gut, aber nicht beim Endbus. Alles klar. Dann wird es mal angreifen. Ja. Macho eine Gier! Und wenn ich Haro gleich einwechseln werde gegen Makoto, wollen wir das einfach mal machen. Gruppe Makoto. Was ist ein Schwachmod? Oh. Ich denke, das bei Gegnern. Na komm, mach mal. Okay, was soll ich machen? Oh, ich glaube, das ist ein Schwachmoder. Oh. Ich glaube, das ist ein Schwachmoder. Oh, unsere Anfänger sind in normalen Situation. Aber wenn er Anfänger hat, er hat seine Anfänger, während er alle Kraft zu konzentrieren. Wenn wir ihn als er die Anfänger schreitzen können, dann können wir einen Schuss haben. Oh. 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 Einfach Persona 3 gemürft. Du leugnest die Realität. Du meinst, dass ich alles weggehe? Du hast es gewonnen. Es ist wahr, dass ich meine Brücke auf die Realität original ist. Aber wo ist das Schmerz? Wenn es zu viel ist, zu viel, zu schmerzhaftig ist. Jeder Person hat es geschafft, dass es das ist. In all honesty... Es ist besser für eine Person die Entwicklung, wenn sie ihre eigenen Hörbüren haben. Aber die Realität ist nicht immer so möglich. Nichts, wie viel du versuchst, oder so lange werdet, der kleinste Injustiz kann das alles auspüren. Du verstehst nicht das von allen Menschen? Du verstehst das? Du musst nicht suchen sehen. Du weißt, es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die von eurem Realität benötigen. Aber was über die Menschen, die die Welt selbst aufnehmen wollen? Wie ist es das Recht, sie von ihren Möglichkeiten zu schrauben? Ich glaube nicht, was du auch gesagt hast, ist falsch, Dr. Maruki. Manche Menschen wollen von ihrer Schmerzen, und klingen zu einer anderen Version der Realität. Wie ich hatte. Aber das Wichtigste, die ich durch diese Schmerzen habe, und mein Geist, um weiterzugehen, diese sind noch mehr wertvolle für mich. Und ich lasse niemanden von mir wiederholen. Yoshizawa-san! Also, du wirklich nicht willst, oder? Sie sehen, dass ich völlig fertig bin. Der Palast ist schlapst! Dr. Maruki, hurry! Es ist nicht sicher, da! Dr. Maruki! Nein! Es ist zu früh für ihn! Wir sind auch immer verabschied. Huh? Is there any way? Everyone, get over here! Hurry! Mona-chan, was it you? This is no time to act tough! Whoever said it was an act! You can't fly, but I'm a car! There's no way I can... No, it's now or never. I have to fly! The same thing is only cognition and if you have to tell you that you can do it, then you can do it too. Eben, I'll tell you it too. Eben, I can't see it. I can't see it. I can't see it. I can't see it. But I can't see it. I can't see it. Give it to you! Er... Da ist er, ja. Einfach im T-Posen, Junge. Einfach im T-Posen, Junge. Sorry to cut your flight short like that. This place is done for. Along with the entire reality I dreamed of. I... have lost. Even if I were to try that fight over, I'm sure I'd only lose again. So I know, this is going to sound pretty stupid. I've been holding this all in for so long. Just hiding it for myself. So, please. Help me kill every last one of my regrets. You're the only one I can ask to help me with this. I'm here for you. The disappearance of my palace. Of the entire metaverse. His draw seems like neither of us can summon our personas anymore. Let's begin. Yeah, exactly. Yeah, exactly. Yeah, exactly. I gave up everything! Everything! So why? Attack. Why... Why, Rumi? Oh my God! Wollen wir uns mal anders erreichen? Oh, tritt weiter zu. Oh, tritt weiter zu. Ich habe gesagt, ich bin fertig. Bitte, lasst meine Hand weg. Wir gehen zusammen zurück. Deine Augen sind so breit und ehrlich wie immer. Ich habe immer Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass du und ich nicht die gleiche Realität wünschen. Ich bin so breit. Ungewohnte Kleidung hier drin. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wir haben wirklich die Entscheidung. Nicht nur zurückgezogen werden, dass du für sich selbst zurückgezogen hast. Die Realität ist wieder normal. Das ist korrekt. Die Zeit selbst kann nicht rewounden werden, aber jeder Vergangenheit wird auf das, was stattgefunden hätte. Das heißt quasi jetzt so die letzte Zeit ist halt passiert, wie es eigentlich hätte passieren sollen, aber wir erleben das halt nicht, weil wir sind halt einfach so, aber es ist halt einfach so, wie es jetzt sein soll, aber wir wissen halt nicht, wie es vorher war. Gut, verstehe. Genau, und da kamen wir dann Akechi rein, aber das war ja schon so eine Einmischung von Meruki. Und ja, ne, das ist das originale Persona Ende. Persona vom Persona 5 Original Ende. Gut, Ende. Und ja, das Bild wird jetzt wieder gerade gebogen. Es wird jetzt wieder korrigiert. Entroyalisiert quasi. Was geschieht mit Akechi? Es gibt keine Alternative. Es ist, dass du noch nicht so gut bist. Es ist, dass du noch nicht so gut bist. Es ist, dass du noch nicht so gut bist. Es ist, dass du nicht so gut bist für dich. Für das haben wir unseren größten Respekt und Gratitude. Das ist ein wunderschöner Platinscreen, ne? Das ist ein wunderschöner Platinscreen. Das ist ein wunderschöner Platinscreen. Das ist, dass du noch nicht so gut bist. Untertitelung des ZDF, 2020